Ich muss die Bombe bis hier hinkriegen, na klasse! Das kann man ja nicht schaffen. Doch, schaffen kann man das, aber... Ich frage mich gerade wie zur Hölle. Ah, okay, ja, 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 ich hab's jetzt raus, ich hab's jetzt raus. Jetzt muss ich's hinkriegen, wenn ich jetzt fehlerfrei durchkomme, dann komme ich auf jeden Fall noch weiter. Das heißt, diesen Abschnitt muss ich jetzt irgendwie heil überstehen. Irgendwie. So, komm zurück. Na, so nicht, nein, nein, das wird nix. Das... So, gut, jetzt aber. Hüpf, und... So, nein, das war... Ja, ich weiß, das war ein Fehler. Das war auch nicht so, wie ich's eigentlich geplant hatte. Boah, ich brauch für dieses Level schon eine halbe Ewigkeit. Verdammt, ja, warum geht das... Ah, ich versteh schon, warum das in der falschen Richtung geht. Klasse. Ich will wenigstens das nächste Level auch noch schaffen. In diesem Video. Dazu muss ich erstmal hinten ankommen. So. Und zurück. Damit ich mir wenigstens die Bombe wieder mitnehmen kann. Na, klasse. Ihr gönnt mir auch hier gar nix. Verdammtes Spiel. So. Und... Ich passe durch, ich fasse es nicht. Da muss ich jetzt erstmal wieder warten. Und die Bombe tickt. Die Bombe tickt. Und nach, Mensch. Ich mach wieder die Summenfehler und ich bin tot. Na, klasse. Nochmal. Jetzt will ich's aber hinkriegen. Definitiv. So aber nicht. Na, egal. Ich hab sowieso schon genug Schmerzen. Das heißt, es ist sowieso egal. Dank S krieg ich nicht mehr. Das muss ich, wie gesagt, den Aufscreen nochmal machen. Auch wenn ich keine Lust auf dieses Level mehr habe, wenn ich ehrlich bin. Wo ist die Bombe denn jetzt hergekommen? Die war noch da. Hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht. Dass ich die nochmal wieder sehe. Na gut. So. Da oben. Die Dreamstones will ich bitte hinnehmen. Das kann ich nochmal versuchen. Definitiv. So. Aber ich will jetzt trotzdem noch versuchen, diesen Dreamstone da oben zu kriegen. Aber ich krieg's natürlich nicht hin. Es war so klar. Ah, da komm ich jetzt auch nicht mehr dran. Oder? Doch. Klappt noch. Yay. Es geht noch. Aber trotzdem soll ich irgendwie... Ja, nein. Durchkommen. So. Und den nehm ich einfach mal mit. Und diesen Dreamstone genauso. Perfekt. Aber trotzdem muss ich dieses Förderband wie anders rumdrehen lassen. Boah, Leute. Glaubt mir. Ich bin froh, wenn ich dieses Level hier geschafft habe. Da bin ich echt froh dann drüber. Auch wenn ich's wie gesagt... Wie gesagt. Aufscreen nochmal machen muss. Wegen den S-Rank. Und wahrscheinlich... Na, die werde ich wohl wahrscheinlich noch kriegen. Aber wahrscheinlich wegen den S-Rank muss ich das nochmal machen. Das wird echt noch ne Qual. Wegen den S-Rankings. Die ich noch alle holen muss. Sind ja einige. Weil ich ja hier so meine Probleme habe, leider. Und einige dumme Fehler mache. Aber jetzt will ich's hinkriegen. Das heißt, jetzt darf ich nicht nochmal diesen verdammten Fehler machen. Und den... Und diese Bombe da dann rüberschmeißen. Die wollte ich auf den Boden schmeißen, damit das... Klappt. Aber... Irgendwie denke ich immer, ich muss es schmeißen. Naja, gut. Jetzt muss es aber klappen. Ich glaube, dieses Level geht ab heute zu meinem... Hass-Level? Klasse. So. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann schneide ich das auf jeden Fall raus. So weit, bis ich's dann hinkriege. Aber diesen Sprung hier will ich nochmal hinkriegen. Genau so. Warum sind diese Förderbänder so ätzend? So, langsam machend. Jetzt auch noch in die andere Richtung. Und das Ganze nur für diese Dreamstones und... Ja. Wenn man's eilig hat. Egal. Ich... Ja, hab sowieso nichts mehr zu verlieren. Von daher sind diese paar Schmerzen auch egal. Zu mir leid, Kinoa Noah, dass ich dir so viele Schmerzen zufüge. Aber... Ich will das jetzt hier hinkriegen. So. Fallen lassen. Und warten erstmal. Und jetzt rüber. So, und jetzt aber fallen lassen. Perfekt. Na also. Jetzt hab ich's geschafft. Aber erstmal nehm ich diesen Dreamstone hier... Ja, Dreamstone hier oben mit. Das ist mir erstmal wichtiger. Damit ich dieses Level nicht nochmal nach diesen Dreamstones absuchen muss. So, ich komm weiter. Yay. Endlich mal ein Abschnitt weiter voran. Fortschritt. Könnte man so sagen. Aber ich brauche hier Gegner. Ich muss hier erstmal Gegner finden. Na, klasse. So, dann muss ich die wahrscheinlich auch noch zu diesem Gegner hinbringen. Na, klasse. Okay, dieser Abschnitt hier gefällt mir nicht. So, damit mach ich diesen Weg frei. Okay, verstehe. Dann muss ich... Ah, okay. Diese Bombe mitnehmen. Halt. So, jetzt nehm ich sie mit. Okay, dann brauche ich den hier. Wie soll ich das machen? Achso, ja, anders. So. Okay, und zack. Ne, das... Ah, das muss anders funktionieren. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay, gut. Dann brauche ich nochmal die Bombe. Dann brauche ich nochmal die Bombe. Zeit für ne Bombenshow. So, platziere ich dich da. Dann komm ich da hoch und dann kann ich... ...den nämlich dazu benutzen, an diesen fliegenden Muran zu kommen. Sofern das denn hinhaut. Und da muss ich mich beeilen. Ach, Mist. Jetzt wollte Clonor nicht so, wie ich wollte. Na, ganz toll. Wie viel Zeit habe ich noch? Na, toll. Ja. Okay, ich hab keine mehr. Ah. Das ist echt jetzt ne Sache von Zeitgefühl. Das ist im Moment das einzige Problem, was ich hier nur noch habe. So. Ja. Jetzt muss ich nur noch den Wurf hier hinkriegen. Und dann schnell hoch. Na, so aber nicht. Und noch einmal. Schnell. Na, es reicht nicht. Verdammt. Ne, die Bombe ist auch schon wieder weg. Na klar, sie kriegen nur zwei Level in dieses Video rein. Ich finde es mies. Vor allem freue ich mich wirklich schon auf spätere Level, die noch wirklich schwerer werden. Was den Rätselfaktor angeht. So. Nein, ich hätte ihn nicht kaputt machen müssen. Ich hätt's geschafft. Auf ein weiteres. Jetzt aber. Okay, das... Ich hab eigentlich jetzt gedacht, das wird nix mehr. Bis er da gegen diese Wand liegt. Boah, für dieses Level brauche ich aber echt lange. Hätte ich echt nicht gedacht. Na, das war blöd. Ich weiß. So, jetzt. Na. Da muss man echt schnell genug sein. Attacke. Na, es reichte wieder nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's irgendwie nicht hin. So. Und noch einmal. Attacke. Und rüber. Und nein. Das war nix. Jetzt rüber. Schnell, schnell. Hoch. Ach. Ich hab's doch vorhin einmal hingekriegt. Na, so nicht. So. Na. Nein. Ich hatte es. Ich hatte es. So. Komm schon. Einmal noch. Jetzt will ich's wirklich schaffen. Bitte. Ich will dieses Level wirklich jetzt hinter mich bringen. Na, das ist kaputt gegangen. Okay. Hab ich zu spät gesehen. Sonst hätte ich eher darauf reagiert. Na, klasse. So. Hoch. Und. Endlich. Endlich hab ich's kaputt gekriegt. Das Ganze nur für diesen Sonnenstein. Na gut. Muss ich diesbezüglich das Level wenigstens nicht nochmal machen. So. Dann muss das jetzt hier anders funktionieren. So. Dann nehm ich den so mit. Und dann komm ich so da dran. Und kriege so den blauen. Damit ich hier an den Schlüssel komme. Perfekt. Wow. Das Level ist echt anstrengend, Leute. Das ist wirklich heftig. Und ich komm hier durch. Der letzte Abschnitt dieses Levels. Och du Scheiße. So viele Pfeile. Okay. Okay. Muss ich jetzt wahrscheinlich hier irgendwie platzieren. Am besten so, dass ich an diesen Pfeil da dran komme, oder? Da ist ein Pfeil, da ist ein Pfeil, da ist ein Pfeil. Okay. Da ist auch noch ein Pfeil. Gut. Da muss es auf jeden Fall hin. Also hier muss rechts oben. Rechts und oben brauche ich auf jeden Fall. Verdammt. Gut. Den. Okay. Hier sind zwei rechts. Das heißt, einen kann ich hier hin platzieren. Der muss da sogar hin. So. Rechts kann. Eigentlich ganz durch. Da hin. Und den rechts, den platziere ich da direkt. Na, da nicht. Ja, klasse. Der hängt doch toll. Den wollte ich jetzt hier über den oben links platzieren. Und dann müsste das eigentlich perfekt passen. Das Herz nehme ich auch mal mit. Wenn ich mal dran käme. So. Und dann kann ich mir die Bombe holen. Ich muss auch noch schnell sein. Okay, so. Perfekt. Zeit für eine lange Explosion. Und wir können weiter. Und wir kriegen den letzten Stern und benden endlich dieses Level. Okay, Leute. Wir haben es geschafft. Somit verabschiede ich mich in diesem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in dieser ätzenden Wüste wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.